Wir sind hier im Skigebiet Heuberg in Österreich und fahren jetzt mit der Patientenbahn nach oben und später fahren wir dann rüber zum Wald bei Dingau an. Bis zum nächsten Mal. 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 gleich wieder auf den Weg zurück gemacht, weil da wollte man nicht nochmal anstehen, um hochzukommen. Ist zwar sehr schön am Walmendinger Horn, aber ja, einmal reicht. Und vor allen Dingen ist es wieder schön warm geworden und mächtig viel Sulz. Schweres Fahren zum Schluss. Also, tschüss. Ciao.